ARD Text im Auftrag von Funk So wie zusammen! Hallo! Heute machen wir Container Container ist gut Teil 2 von Container Hey Gumpen mal! Und diesmal sieht es interessanter aus Aber ich bin allein, sind ihr auch alle allein? Nein, ich bin mit dem Gider zusammen, aber auf der App, wo ich letztes Mal schon gespielt habe Dann müssen wir uns dann finden Ja, also wir spielen den Spielmodus Extraction Wir müssen noch nicht genau wer wir extrahieren Warte schnell, er soll gut erklären Und äh, ja, wir müssen uns jetzt erstmal in mir finden Also ich bin jetzt in einer Tankstelle Ich sehe eine Tankstelle und ein Sunny-Zelt Ja, ich bin bei einem Zelter Okay, ja, da kommen wir mal zum Zelten Also ich bin da bei einem Feuerwehrauto Ich bin bei einem Container Und es brennt hier, also ich bin in der Stadt drin Sunny-Zelt Das brennt hier, ja, aber ich bin jetzt schon ein bisschen mehr als eins Also es ist ein anderes, als ein Zeltwerk Also komm, komm, komm Ah, doch, es sind mehrere Oh, Zombie Oh, oh oh Oh, oh, oh Ah, da ist Munition Okay, okay, okay Was hat er für eine Waffe? Hey, Petti, wo bist du die Waffe? Ich habe einen Mossberg Ehh, Overnoonter Und ein Coat Oh, nice WTF, ich habe First Aker und dann B5 Das war's Petti Wo bist du? Bei denen zählt er! Jungs, bevor ich das vergesse. Wenn er hinter einem Zombie steht und er sieht euch nicht, könnt ihr V drücken, dann könnt ihr ihn so überwältigen. Okay, aber das ist nice. Das heisst Mickey Modus. Scheisse ist das... Sind wir schon im Bus drin? In dem Kino? Nein, nein. Okay, da ist der Zombie tot. Haha. Da habe ich Munition rumliegen lassen. Ja, für dich habe ich auch eine Munition. Ich bin mit einem Fahrplatz mit einem brennenden Feuerwehrauto. Oder mit einem umgekehrten Feuerwehrauto. Ja, bin ich auch. Ist du das dort? Nein, das ist kein Feuerwehrauto. Das ist ein Lastwagen, der brennt. Ich sehe auch ein Heckle! Bleibt hier! Bleibt hier! Mich? Oder wer? Wer spielt das Ding? Wer? Ah, dann war es der Gido. Also warte mal. Also ich bin mit einem umgekehrten Feuerwehrauto unter einem brennenden Auto. Ich sehe, dass er brennt das Auto auf jeden Fall. Und viele Polizeisachen dort. Ich komme gleich mal ins Haus rein. Okay, minus ein Zombie. Aber du bist in der Neue im Fall. Warte, ich komme dich mal besuchen. Ich gucke auf den alten Berg um. Siehst du das brennende Auto? Ja, ich sehe das. Ein Unkippt das brennende Auto. Oh, oh, oh. Das ist ein Fehler. So, da bin ich jetzt. Ah, da kommt ein Zombie gerade über den Ding aus. Und da ist ein... Ich habe einen Ball geschossen. Nein, ich habe geschossen und ich bin jetzt am Arsch. Ah, da jetzt... Und da drüber? Nein, da kommen wir nicht drüber. Ah, da zeigt es, wo wir drüber müssen. Ihr geht schon richtig. Wir sind echt weiter hinten gespawnt. Wo zeigt es, wo drüber? Druck B. Ah, B. Okay, das wäre noch. Ah, ich habe gehört. Ah, ha, ha. Yes. Okay, ich habe gerade einen guten Loots. Da vorne sind Zelter. Jetzt sind wir so bei Zelter. Ah, ich habe gesehen. Nein, ein GPS-Marker von jemand anderem. Ich habe gerade zwei von rechts. Nein, jetzt habe ich wieder meine Waffe weggeworfen. Ach, scheisse. Du kannst sie wieder suchen. Komm, die findest du schon. Ah, sie haben wir gerade wieder gefunden. Äh, ja. Wir sind da. Ich sehe ich. Hallo. Wo kommen wir jetzt da durch? Äh, ich kann mich kurz aufmachen. Ja, voll. Ich komme zu euch. Kannst du uns öffnen? Ähm, nicht wirklich. Wenn ich... Ah, dort sind wir. Da hinten ist offen. Da hinten ist offen. Wow. Was ist offen? Hey. Hey. Zombies kommen zu uns. Oh, da ist auch noch einer. Ja, das bin ich. Das bin ich. Ach, scheisse. Ich habe nicht mehr gesehen. Können wir hier in das Haus rein? Etwas war mit dem Haus. Racedhavern. Können wir rein? Wir können auch in ein paar Häuser reinfallen. Also gehen wir in das rein. Warte mal auf uns, dass wir alle zusammen sind. Ja, wir kommen dann nicht rein. Wir kommen draussen rum. Wir sind jetzt da. Wow. Ah, okay. Gut, gut, gut. Ihr Huren Stressgesichter. Zombi. Die ist nicht schlecht. Benutzen den kleinen Wacken am Anfang. Damit wir nach dem Stecker am Schluss haben. Ich würde sagen, ihr... Holy shit. Das ist von meiner Seite. Von hier bin ich gekommen. Ähm, wer ist da jetzt? Der Didi, Guido? Äh, wir sind alle da. Wir sind alle da. Äh, die Kaverne. Ja, wir müssen hier vorne rechts rein. Aber im Moment ist es recht übergelaufen. Okay. Ram. Ja, ich... Das ist jetzt... Passt schon. Guido, sonst ist es aber schlecht. Ja. Sorry. Ich kann nicht den nächsten. Ich kann nicht den nächsten. Ich kann nicht den Tavern rein. Ich kann den Tavern rein. Er ist dort. Oh, sie kommen in die Tavern rein. Nein, der kommt rein. Close that door. Ja, kommen wir mal rein. Wir können es verbarrikadieren. Oh, dann bin ich schon gehitter geworden. Wo hast du geschossen? Naja, ich brauche verdammt viel Schüsse heute. Ich brauche ja von hinten. Die Türe zu machen, Jungs. Wunder in einer Höhle oder was? Verdammt. Nelga, ich habe Nelga. Die sind auch schon irgendwie da oben. Keine Ahnung, wieso. Ah, da ist Nelga. Ah, hinter Drachen. Sie sind nicht auf die Türe. Also warte, ich kann Dings machen. Ah, ich bin oben. Ich bin oben. Help! Ja, kann schon. Lega, ich brauche deine Hilfe. Schiesse du und ich mache es an. Dir? Au, au, au. Ey, der stirbt nicht. Scheisse, ich habe fast keine Munition mehr. Ich habe nichts mehr. Ah doch, ich habe nicht. Die Muni gefunden. Schiesse, ich habe mich nicht auf den Dings hauen. Ja, genau. Weg, weg, weg. Hinter dir. Hinter mir. Wo sind die? Scheisse, ich bin tot. Nein, scheisse. Ich bin tot. Fahne. Okay, ich bin jetzt unten. Cool. Vega, komm hoch! Ah! Ah! Wir haben irgendwo Munition. Ich habe jetzt Munition. Ich muss ihn anladen. Ich muss ihn anladen. Ich muss ihn anladen. Ich muss ihn anladen. Drei. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ich bin oben. Vielleicht der Stopp bin ich. Oh nein! Oh nein! Wo, wo, wo? Wo? Ah! Ah! Scheisse. Wir sind ja ganz oben. Oh yeah! Nein, wir sind nur eine. Oh nein, jetzt kommt der Rocca. Jetzt geht's auf. Oh, lass doch. Jetzt kommt der Rocca. Ey, ich verwische den Rocca. Wie im CS gestern. Ich fange wieder runter. Ja, komm wieder runter. Ja, komm wieder runter. Ja, komm wieder runter. Liga, hast du noch einen Medipack? Nein, warte, oben. Jetzt noch mehr. Hast du keinen Medipack? Nein, ich habe keinen. Bleib mal schnell. Bleib mal schnell. Oh ja. Ich versuche, ich weiss nicht, ob das geht. Ja, ich schmeiße es runter, dann nehme ich es. Dort hinten. Da kommt einer! Da kommt einer! Oh, nice! Jungs, da ist einer! Motherfuckers! Ist sicher der! Ich habe einen Besuch! Scheisse, scheisse, scheisse! Ah! Rennend, Kinder! Wieso ist das so? Scheisse, nein, ist sicher der Rocca. Ich habe aber 20 mitgezogen. Scheisse. Und ja, ich habe dich gemerkt. Ich habe schon gedacht. Also, ich bin tot. Wer lebt nur? Der Guido. Der Guido, der Fall. Wo ist der? Also, wenn ihr Ruhe macht, alle Tobys auch rot. Sie sind voll rot. Ja. Da kommen alle. Was ist die B? Guido, du stirbst! Du stirbst! Nein, er redet mich. Wenn ich drücke, läuft er völlig verwirrt. Scheisse, der andere ist schon so weit. Wow, ich verrennt, ey. Was ist das? Vision? Oder ist der Kerl? Pass los weg. Shit, ich wäre gerade der gewesen. Es sind etwa 10 Zombies, wo ich einfach dich zum Müssgerinn rumschreie gesehen habe. Verstehe dich. Einer von euch beiden ist der Sieg. Ich bin froh, ja. Ja, ja. Weißt du, ich habe den Survivor gefunden. Ah, shit. Ah, schon? Ja, es hat einen Typ gehabt, aber ich meinte, es sei ein Zombie. Ah, jetzt bin ich mit dir hier. Mit dem müssen wir reden. Also, bevor wir irgendwo hergehen, zur Munition sammeln. Ja, voll, ey. Okay, und plus, wir können aber Sneaky machen. Das heisst, wir müssen nicht grundumschiessen. Wer ist das? Wollen wir mal runter? Die Dichtung wie dir. Wollen wir mal runter? Handy. Jetzt habe ich einen MP. Ich habe auch einen MP. Komm, geh mal runter. Ich habe KG9, ja. Ich bin ein anderer jetzt, oder? Ja, du bist jetzt echt anders. Wir gehen mal runter. Guido? Hä? Wo bist du? Die Dune ist zu. Die Dune ist zu. Die Dune ist zu. Okay. Also, wo müssten wir runter? Mit der gleiche Ort? Echt? Ich gehe mal da aufs Dach rauf. Ja, ich glaube, wir müssen da gleiche Ort rauf. Scheisse, ist das jetzt abgegangen. Haha. Also, gehen wir wieder die Pauvernen? Ja, voll. Ich weiss nicht, ob wir eine gleiche Ort müssen. Ah ja, stimmt. Da kann man auch aufs Dach rauf. Ich gehe mal auch da rauf. Ich kriege eine geile Waffe. Ach, man auch. Soll man doch irgendwie rauf. Oh nein, einfach rauf laufen. Nein, nein. Jetzt habe ich kein Medipack mehr. Oh, so. Okay, ich habe auch noch eins gehabt. Ich habe einen MP5 gehabt. Es ist recht random, was ich rüberkomme. Die Zombies haben uns, glaube ich, gesehen. Ja. Ich komme auch auf das Dach rauf, glaube ich. Ah, schau da. Da bin ich ja vorher gewesen. Okay. Hast du rauf gekommen, Didi? Ja, ich bin auf so einem Vorsprung. Der Zombie kommt rauf! Was? Die Leitern? Was? Die Leitern klettern? Ja. Was sind die? Aufs Dach weitergelaufen. Aufs Dach? Ja, Didi, lef rechts. Du gehst da durch. Hallo. Hallo. Ich habe noch einen Schraubchen in der Munition gefunden. Ja, das Problem ist, es bringt nicht zu viel. Was sind die Hände? Woher? Auch. Ah, ich sehe so zwei blaue Lichter. So blaue Punkte auf dem Handy. Das sind sicher die Geiseln, die wir haben. Geiseln von den Zombies? Geiseln. Ja, keine Ahnung. Also, Didi, kommt runter. Nein, kann man nicht. Ja, kommt nicht runter, ist kein Problem. Hey! Ja, es geht, es wird nicht. Ja, voll Dammit. Ach du. Mohl, aber es war nicht so höch, dass es geht. Bei mir jetzt gar nichts. Also, gehen wir mal zu dem blauen halt. Ja, wir müssen ja hier durch, weil wir laufen. Wir können ja reden. Wir können ja reden. Ja, das sind die, die wir momentan schrägten wahrscheinlich. Aber das sind da hinten. Ja, ich bin. Ja. In der Tankstelle sind sie. Okay, kommen. Wo sind die? Durchlaufen in der Tankstelle. Nein, mein Anzeiger zeigt, wir müssen in die andere Richtung. Nein, nein, wir müssen hier rüber zur Tankstelle. Er ist tot. Martin, wir gehen lauten. Ich gehe in die Tankstelle. Ich gehe in die Tankstelle. Ich gehe in die Tankstelle. Wo sind die? Ich gehe in die Tankstelle. Ich gehe in die Tankstelle. Ich gehe in die Tankstelle. Ah, sie sind hinten mehr. Ich spüre es. Ja, Munition, Waffen. Ich weiss jetzt schon, sie sind sauer. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Macht jemand die Tür zu. Es ist bewaffnet. Und sie machen nichts. Hä? Nicht die Tür zu. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Scheisse. Was sind die? Was sind die? Sind die der Dinger drinne? Ich kenne sie immer so ängstlich, wenn sie das zeigt. Ja, genau da. Hast du das gehört? Nein, mach die Tür kaputt. Ich muss... Nein, ich kann nur den machen. Ja, ich meine... Ich meine... Zombie. Ich habe ihn angekriegt. Ich habe ihn angekriegt. Mit dem Auto drinne? Was sind die genau? Das ist der Survivor da. Das ist der. Ja, das ist der. Aber wie wollen wir genau? Ähm... 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 Rausen. Kann man das hier eigentlich versiessen? Nein, das ist eigentlich nicht mehr. Der schiesst ja voll auf die Barrikade. Ja. Wie kann man mit dem etwas machen? Hey, wenn jemand noch Kassel oder Nail... Ah, die Tür ist kaputt. Ah, du musst mir mit dem anklicken. Wie läuft der dir nach? Ja, mit E, ja. Ah, ok. Dann klicken ich den anderen jetzt an. Ah, nein. Also, hey, sie gehen durch die Kassentür durch. Ok. Den anderen folgen wir jetzt. Wir sind doch Alexander aus dem Unfall aus dem AC im Fall. Ah, nein. Ja, ja. Wir hätten den Hinterausgang nehmen können. Ja, wir könnten ja noch den Hinterausgang nehmen. Ich habe ihn gesperrt. Aha, ja, dann nicht. Also Leute... Also Leute... Also Leute... Dann müssen sie sich erst drehen. Ja, dann schauen wir natürlich... Kannst du... Kannst du... Kannst du... Beispiel B schauen. Ähn... Nein, ist gut. Schaut aber nicht, ob sie sehen. Ja, ist nichts. Wo ist der andere? Ähm... Er ist ein zweiter Survivor! Ich bin auch da ja. Erst bei mir, erst bei mir, erst bei mir. Bist du gut, er... Ja. Der Didi hat einen und ich auch einen. Okay, gut. Aber wo ist jetzt mein wieder hin? Ja, da ist er. Wo wollen wir hin? Weiss es noch nicht. Das ist noch nicht gerade gegangen. Okay, warte. Ich überlebe einen. Wir müssen hierbleiben. Gut, dann fängt es dir auch gerade ab. Okay, gut. Können wir uns noch für Didi kommen? Schauen wir mal die Farrikaden an, was da läuft. Ah, die ist kaputt. Lassen wir nach hinten raus? Das ist kaputt. Ja, wir können... Nein, wir müssen bleiben. Ah, okay. Okay, dann gehe ich nicht so schnell da flicken. Kann man da nicht auf das Dach? Ja, auf das Dach wäre jetzt gut. Da haben wir doch oben reingeschaut. Dann ist etwas anderes gewesen. Bleib da Didi. Ja. Ist gut. Aber der eine schwarze läuft halt mir. Ja, da läuft mir nachher. Was? Ein Helikopter. Ein Helikopter. Das ist ein Helikopter. Oh. Jetzt kommt ein Helikopter. Ah, ist die Edigida. Wow, hier, da lasse kaputt. Was ist das? Was? Gehen wir die Fober in den Tank? Oben rein? Ja, ja. Schau jetzt schnell hinterher. Schau jetzt schnell, ob sich das... Da, wo es gerade kommt. Ja, ich habe es ja einer verstanden. Achtung, das hätte ich schon... Die Tür ist kaputt gegangen. Sie sind kaputt gegangen. Ja, sie können sich orientieren. Also können sie oben rein. Time to extract. Wohin? Wohin? Rausen. Haufe? Ja, haufe, ich gehe raus. Mit dem, wie geht's. Mit draussen. Ich bin im Auto. Wo ist das Auto? Ich habe gar nicht. Ich weiss nicht, ob das überhaupt der Richtige ist. Nein, du musst... Aha. Nein, Druck B. Es wäre gut, wenn ich... Ich bin im Auto. Wo ist das Auto? Ich habe gar nicht. Ich weiss nicht, ob das überhaupt der Richtige ist. Die Waffen für die guten Zombies aufbewahren. Gibt's das? Ja, es gibt so, wie die Polizei. Also, wir geben... Ja, da hinten. Da hinten links. Ok, ok. Rennen, rennen, rennen. Dann laufen wir hier gerade. Da können wir gar nicht. Durch die Munition, schnell. Da müssen wir irgendwie links oder rechts? Ja, rechts. Vielleicht durch das Haus tun? Ja. Da hat das Haus einen Durchgang. Ja, daher kannst du ja weiter. Ja, gehen wir durch das Haus durch. Ist am einfachsten. Gibt es einen Anschluss. Ich glaube, ich bin das nochmals am Suchen. Ja, ja. Also, durch, durch, durch. Das wäre noch wichtige Munition. Das ist nicht Haus, das ist Mechaniker. Ja, ich weiss, aber es ist nicht anders. Hier ist ein Sniper, falls jemand gebraucht. Ok, wo, wo, wo. Auf dem Tresedorf. Achtung, Zombie. Wo? Wie geht es? Also, was? Geradeaus auf die Hauptstrasse und dann links. Ok, ich bin draussen. Nein. Wir werden da überall durchführen. Oh, ich bin doch keine. Die kommen vom Takti-Zombies. Aber ich glaube korrekt. Ok, da ist doch Eingang. Komm, alle, komm. Ja. Ja. Ja, das passt. Irgendwie haben das Gefühl, dass einer fehlt. Nein, nein, sie sind beide nur da. Ja, was hast du ja gemeint, dass der Guido fehlt? Ja, von denen guckt man noch einer am Arsch vorbei. Ja, aber das ist Missionsziel. Also, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ja, da. Da ist ein Zombie. Wups. Ich habe dann noch eine Schrott-Blinter-Munition. Kannst du jemandem geben? Ja. Ich habe eine PLR, wenn da so ein Schrott-Blinter ist. Also, komm zu mir. Ich bin da links an der Ecke. Hey. Das ist mal da. Das ist gut. Da, 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 da. Das ist ein Spezielles. Oh, nein. Das ist eine im Anzug. Survivors... ...gerettet. Sie hauen ab. Ja, sie hauen ab. Jetzt sind die Waffen oben gerührt. Fuck. Da hat sie... Da hat sie noch einen Schraub. Und so... Handy haben sie abgelehnt. Das ist so ein Bombe... Das Bombe-Handy. Huh. Bombe-Handy. Nice. Aber wie könnt ihr ihr ins Inventar? Ah, jetzt wird in den nächsten Zweifel... ...ding klar. Haha. Alles klar. Alles klar. Können wir die irgends in den Inventar-Rosser sehen, von wo ihr Schüsse habt? Oben, rechts. Nein, schau, wenn du rechts... Also, wenn du denkst... Was? Okay, okay. Dann kannst du die Emotionen, die du nicht brauchst, wegschmeissen. Wo ist der mit der Schrott-Blinter? Wo seht ihr das? Ich habe keine Schrott-Blinter. Das ist... Falsch. Also, wie ist das irgendwie? Das haben sie nicht gecheckt. Ja, ich habe als Player einen Knopf, den kannst du die Dinge wegschmeissen, die du nicht brauchst. Wo? Wer hat eine Schrott-Blinter? Ja, mit I kannst du quasi die Munition nehmen und die Waffe wegschmeissen. Was mache ich mit I? Aber drücken die an, wenn er eine Waffe hat, die mich entladen und weggeworfen. Ja, das war das mit I. Warte, wer hat da... Wer hat da eine Schrott-Blinter? Niemand, niemand. Reload-Weapon. Ja, wo ist jetzt die Waffe hin? Unload-Weapon ist U. Wow, stark. Also, fangen wir mal weiter. Was? Auf I kann ich nichts machen? Ja, mit J kann man unbenutzte Munition... Ah! Da haben wir etwas am Boden geworfen. Lass ihn doch mal. Ich auch. Okay, nehmt von jedem eine andere Munition. Vielleicht hast du es genau verrufen. Tatsächlich. Haha. Ja, nice. Hier habe ich wieder Shotgun am Boden geworfen. Wo? Hier vorne. Ja, ja. Ah, Shotgun-Schüsse? Nein, nein. Ich brauche Shotgun wirklich. Nicht-Schüsse. Nehmen wir die mal mit. Keine Ahnung. Das ist was niemand gebraucht. Also schauen wir mal auf die... Hey, da bin der Mini-Six-Auer! Nice. Also wir müssen gleich den gleichen Weg oder fast den gleichen Weg zurück. Oh, jetzt habe ich meine Waffe weggemissen. Ah, wo ist der Guido? Ah, ich sehe nicht seinen. Ich sehe sein Licht. Schaust du in den Himmel? Siehst du mich? Ja, ich habe sie gesehen. Ah, schön. Also komm mal. Wo bist du? Hey! Ah, wer ist denn der Hauptstrasse? Guido, komm! Komm ins Haus hin. Guido! Hä? Wo bist du? Oh, wir müssen den Klami gehen. Ah, du gehst dort aufs Dach hoch, das ist auch easy. Ah, jetzt gehen wir mal rein. Warte, wir sind so langsam. Ich gehe ausser noch mal. Wer ist das Dach hoch? Ja, wir sind alle auf dem Dach, aber von der anderen Seite. Ich bin höher. Ja. Okay, wo müssen wir gehen? Ja, da unten sind ein paar. Shit. Wir haben noch verdammt einen Weitunfall. Ja, ich weiss. Ähm, da ist schlecht, wenn wir da drüben gehen. Oh, shit. Warte, scheiss das Handy mal ab. Ja, scheiss das Handy mal ab. Ich werde mal schauen, was passiert. Wo ist's? Da unten. Nicht zu weit leuver. Wie macht das jetzt? Ich weiß nicht. Wirf einfach mal links klicken oder rechts klicken. Warte. Tönt euch etwas selbst probieren, wo ein Compi hat. Da. Da leids. Mit E, nein? Was? Ah, ja. Okay. Also mach. Ähm. Es sind ja nur drei, die kommen ja schnell Headshot. Warte noch, du nicht. Oh, das war die falsche Taste. Was? Ich hoffe, ich treffe nichts. Scheiss drauf, wie ein Spryer. Ist gut, ist gut. Nicht zu viel Schießen. Schau mal ab, ich kann meine Munition ab. Hier kommt ein neuer Zombie. Aber jetzt kann man immer mehr von beiden Seiten. Ich bin ja auch dummer. Und jetzt auch. Oh, der VEGA-D-Schiesser. Ja, hey. Nur mal einer. Ha. Also, GPS. Vorne, Hauptstrasse. Wir müssen weiter, Hauptstrasse weiter nach rechts. Oh, oben. Schau mal oben. Wären wir länger da oben blieben. Oh, das ist eigentlich oben. Ah, okay. Ist gerade tot. Ist er runtergeheizt? Ja, fahr allein. Also, nachgeladen, Jungs. Ah, nicht. Also, das mit dem Handy check ich nicht, muss man sich da noch an die Wand kleben. Vielleicht musst du es mit deinem Handy aktivieren. Aha. Ja, aber selbst muss ich es mal ablegen können. Warte, warte, schnell, warte, schnell. Nein. Er dreht sich um. Ich wollte es aber dahinter probieren. Time to hold out. Was? Wir sind gar nicht dort. Ist jemand schon vorausgesäckt oder was? Nein, wir sind alle da, oder? Ich glaube, es ist Raced Tavern. Ah nein, das andere da. Oh, da kommen Zombies. Äh, wollen wir Säcke holen? Wie sieht es aus? Nein, nein. Ich mache den einzelnen. Das habe ich jetzt gemacht. Oh. Ich bin geschlagen worden. Der Wichser hat mich gehalten. Also, ich habe Infektionen übrigens deaktiviert. Also, wir können nicht vor Schläge quasi Zombies werden. Das wäre geil. Das lasse ich mal raus. Also, weisst du, wenn du genug infiziert bist, dann wirst du irgendwann zum Zombie. Hä? Das finde ich ein wenig. Jetzt haben wir da vorne... Das wäre aber geil. Das lassen sich keiner für uns Sekunden wandeln. Da hat es so einen MP5 im Fall. Ah, die brauche ich. Ich brauche die Muni. Wo ist die? Ja, aber ich habe... Oh fuck. Wir müssen machen. Schau, wie viele Zombies kommen wir. Oh ja, sie kommen jetzt. Kommen, kommen. Kommen, kommen, kommen. Aber wo ist die MP5? Ja, die ist hier im Militärzelt drin, wo alle Zombies kommen. Aber sie hat keine Munition. Ich konnte sie nicht mitnehmen. Es ist das Getreude hier. Ja, ja. Komm, komm, die. Die tun nicht Munition verschwenden. Wir schauen besser, dass wir da rein kommen. Wieso? Sie haben 38 Schüsse insgesamt. Ja, ich habe gesehen, wo. Okay, da bei mir. Ich habe noch jenes Schüsse. Aber da ist gerade ein Zombie. Wir müssen aufpassen. Sobald ich auftun. Kann jemand mitkommen? Ja, ich bin da. Ich mache ihn auf und dann schiessest. Ja. Ah, scheisse. Hä, das geht nicht. Du schiessest durch die Eis durch die Tür. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Oh, schütt, ich bin auf der Leiter. Ja, ja. I'm fucking home up. Wow, jetzt passiert. Okay, weiter. Wir sind auf dem ersten Stock gekommen. Wir gehen mit dem ersten Stock schauen. Okay, wir bleiben unten. Ja, sie sind da, sie sind da. Ah, okay. Hier hole ich das anders. Zombie kommt, Zombie kommt. Zombie kommt. Oh, mit der Waffe. Hier hat es Munition und Waffen im Fall. Eben, wir werfen nach Rally mal Y-Echt her. Zombie kommt. Ja, da hinten. Links von dir hat es Munition gegeben. Äh, Rogan. Spass. Oh fuck, da unten sind die ähnliche Zombies. Hauf, hoch, hoch. Ja. Da ist noch einer. Wo ist der andere Typ? Ja, komm. Komm. Ich kann einen. Was? Ja, du verstehst. Hier links. Nimm den mit. Ja, geh mal weg. Lass durch. Komm mit mir. Hey. Du musst dann mit E angeklicken. Eine Stunde oder was? Ja, ja. Eine Stunde. Holy shit. Ja, ja. Also Juni komm. Oh fuck, 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 fuck. Oh fuck, 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 fuck. Ich bin nicht mal hier. Ich bin nicht mal gesperrt von wo wir gekommen sind. Nein, wieso? Wie sollen wir wieder rauskommen? Ja, der andere Weg. Ja, ja. Weil dort kommen Zombies rauf. Ah! Aua! Also, es ist ein bisschen sehr zu krass da hinten. Ja, 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 ja. Ich habe noch 5 Schiss. Jetzt nicht um mich schon. Komm, geh da. Komm, geh da. Ah, wir können hier raus. Schau da. Ja, ja. Luftschacht. 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 Kommt da bei mir. Luftschacht, Zombies kommen. Wie ist denn du? Da, da, da. Raus aus dem Raum. Ja, genau dort. Geh da rein. Ich habe eine Handgranate. Okay. Schmeisse ich hier in die Leiter herunter. Komm. Wir kommen. Wir kommen dann. Ihr müsst stressen. Zombiescammer. Da ist ein Shotgun. Oh shit. Ich habe dich geschossen. Zombiescammer. Warte. Kann. Das kann ich jetzt nicht sehen. Komm mit. Komm mit. Raus. Raus. Guido ist gut. Lass ihn zurück. Also, gant, 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 gant. Ja, wir warten auf dich. Ja, gant. Ich warte, weil ihr steckt immer noch fest hier. Wieso? Wir sind schon draussen. Wir sind schon durch den Schacht. Ja, da, 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 da. Oh shit. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Scheisse. Ja. Schaut mal dort, ob ich noch einen anderen Ort habe. Ist gut. Da ist ja die Türe. Ja, aber da können wir wieder ins Zuge rein. Ja, aber dann fliegt der andere Fläche ins Zuge rein. Dann gehen wir hier ab und laufen den Weg zurück. Ja, genau. Genau. Fucking hell. Zombie. Sie kommen. Dunne ist frei. Dunne ist frei. Okay. Los, los, los. Leitdruck. Äh, Staga meine ich. Ich kann wieder sagen. Ja. Jetzt links, links, links. Links, Jungs, links. Links, links. Könnt ihr die Tasche runternehmen, wenn ihr die Pischoli in der Hand und dann sehen wir euch. Ah fuck. Du. Also jetzt haben wir einen verloren. Lauf! Guido, bist du jetzt ein Zombie? Guido? 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 Ja. Bist du ein Zombie? Ja. Ohne Scheisse. Wir könnten es echt so machen. Wenn einer tot ist, darf er nichts mehr sagen. Da kommt der Logik. Da kommt der Logik. Da kommt der Logik. Also los, los. Habt ihr gehört? Was? Wenn einer tot ist, darf er nichts mehr sagen. Ja nein, dann weiss ich es ja. Aber äh... Ja, er hat ja gesagt, dass er tot ist. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. In einem Magnum. Das ist gut. Mal. Ah, da kann man Dings setzen. Was? Ah, Bomben. Ah, ja ok. Warte, lass erst den NPCs rauskommen. Ja, ja. NPC, komm! Ah, scheiss. Warte, 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 mein NPC spinnt. Ja, warte, hol den durch. Stay here! Come with me! Holy shit, sind das viele Zombies. Wenn ich mein Handy gesetzt. Komm mit, komm mit. Ja, er bleibt auch nicht durch. So, jetzt. Er bleibt auch nicht durch. Er bleibt auch nicht durch. Er ist... Ich muss... Hey. Come with me! So. Ich bin ein Versuch in die ganze Zeit, wenn der Rockencooter nicht abholt. Ich habe ihn abgeholt. Ich habe ihn abgeholt. Er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Er kommt, ist gut. Er werfen wir noch ein bisschen. Auf dieser Seite, glaube ich. Okay, haben wir abgeholt. Ja, wir müssen eigentlich recht klein mal dort. Wo müssen wir durch? So, und jetzt einfach eine Luschung noch schnell. Da, links. Yay! Hat es funktioniert? Ja. Also, komm. Wege. Äh, Didi. Andere Seite, Didi. Jetzt links. Hier müssen wir runter. Hier müssen wir runter. You've reached your destination. Also, wir müssen warten, dass sie zurückkommen. Ich glaube, das ist der Guide, der verliert zu viel. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein! Dieser wird angegriffen. Wo ist er? Ist gut. Jetzt ist er weg. Ah. Fuck! Ich bin Stecken geblieben! Nein! 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 Das ist schon ein First State Kid. Und der andere hält uns auch ab. Ich bin bald drin Stecken geblieben. Wieso? Sind sie weg? Nein, einer ist hier Stecken geblieben. Nein, shit, shit, shit. Digga, ich will nicht sterben. Ich bin schön zum sterben. Ja, das muss ich sagen, wenn schon. Nein. Ja. End. Uff, wir haben es geschafft. Oh, die Seguida ist immer noch gegen uns. Fuck, normal, ey. Ich sehe noch eine Munition von diesen zwei. Ja, könnt ihr schnell Jots drücken. Vielleicht könnt ihr es nicht brauchen. Ja, voll. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Okay. Scheiss, ich zeige es. Oh, shit. Ja. Holy shit. Mach das auch nochmal, Vigo. Okay, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ja, voll, ey. Bis zum nächsten Mal. Was? Schon fertig? Bis zum nächsten Mal, Jungs. Ja, wir sind schon eine halbe Stunde. Ah! Ja, easy. Dann schweinen. Dann kommt ein Zombie.